servus und hallo ich begrüße euch und zwar wollte ich was zeigen es gibt ein gratis item das kann man sich holen und zwar muss man da ein code eingeben und das werde ich jetzt mal in dem video zeigen let's go vorne so freunde wir werden jetzt den code eingeben wie gesagt da ist eigentlich nichts dabei es gibt fünf millionen stück wenn die auf verbracht sondern gibt es den code nicht mehr wie wäre ich das jetzt schon jetzt sagen wie man das ecke und das ist eigentlich nicht wahr der code lautet jfc x k h c 5 2 9 4 6 5 du da zb k und da geht es einfach auf einlösen und dann ist das passen let's go vorne bitte bestätige dass du den code auf dein konto eingelöst mit aktivieren und dann habt ihr das ganze schon wurde erfolgreich gemacht und dann sehen wir uns gleich let's go vorne da freunde ich habe mich auf der playstation eingelogt schauen wir mal ob das ganze kommt normalerweise kommt es dann um die gekauften gegenstände sind bereit für dich schauen wir mal ob das ganze dann funktioniert wir locken uns nun mal ein wie gesagt den code haben jetzt auch eingeben und dann werden wir mal schauen ob das ganze dann funktioniert hat ist eigentlich ganz simpel ich verlinke euch unten die epic seiten dass er da richtig seit sie messe ich heute ja da ist er schon gestanden die kauften gegenstände sind bereit für dich dann werden wir uns das ganze jetzt gleich mal anschauen genau diese spray das kriegt sie eben ist es nur fünf millionen mal einlösbar und sobald wir die fünf millionen weg sein gibt es das nummer dann der man das ganze erfordern ich finde es eine erste sache wie gesagt nimmst es einfach mit ist dann gratis sagen die wohnung vor der season 2 kämen wenn euch das ganze video gefallen hat los select aber jetzt mein kanal aktiviert die glocke check für meine anderen reviews aus eiche kämpft mit sich war danke servus pfitt euch